Schönen guten Tag, liebe Studierende, liebe Alumni des MCI. Ich darf Sie heute auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Eine Besonderheit, um die man die Unternehmerische Hochschule international beneidet und vor allem unsere Studierenden. Wir haben die beste Vortragsreihe, wir nennen sie Distinguished Guest Lecture Series einer Hochschule im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar in ganz Europa. Regelmäßig, faktisch im Wochentakt und auch öfter während der Semesterzeiten kommen Distinguished Guests zu uns, um ihre Erfahrungen an sie weiterzugeben, um Einblick zu gewähren in ihre berufliche, persönliche, vielleicht auch politische und familiäre Vita. Wir freuen uns in diesem Semester, in diesem akademischen Jahr auf Persönlichkeiten wie zum Beispiel Mario Moretti Poligato, der Global Chief Executive von Cheox, Carlo Cottarelli, der Kurzzeit-Premierminister von Italien, Wolfgang Anzengruber, der Vorstandsvorsitzende, Generaldirektor der Verbund AG. Oder wir erwarten heuer Edward Snowden, jene Persönlichkeit, die weltweit Furore damit gemacht hat, dass sie die Arbeit von Geheimdiensten und vor allem auch von Suchmaschinen und ähnlichen Einrichtungen aufgedeckt hat. Wir erwarten Andrei Babiš, den Premierminister der Tschechischen Republik und viele andere Persönlichkeiten. Das ist eine Möglichkeit, die andere nicht haben. Genießen Sie es, vor allem aber ziehen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen Vorteile, treten Sie in Dialog und erzählen Sie darüber. Alles Gute!